Just to suffer. So. Ah, warte, hier ist auch so eine Tür. Was passiert, wenn ich mich hier rein stelle und mich unsichtbar mache? Nee, das geht nicht. Okay. Huiiii. Hilfe. Ah. Eigentlich hätte ich da rüberfahren müssen. Komplett. Toll. Ah. Ich wollte wiggeln. Nein. Dass man da so schnell runterfällt, sobald man eine Bewegung macht. So. Feueranimation. Nintendos Beste. So. Fuck. Ich bin debated. Oh, das ist heiß. Glaube ich. Ja. I'm out. Oh, mein Schiff ist da oben. Und ich muss noch voll weit nach oben. Toll. Freut mich. Möchtest du nach Kataris? Oh, das ist ein... Das ist ein Fahrstuhl. Ja, da wollen wir doch mal das... Wollen wir das Gebiet schon wechseln? Ich meine, hier können wir eh noch nicht alles machen. Eigentlich wollen wir. Wir brauchen eh noch den Morph Ball und alles, um hier alles machen zu können. Also können wir auch gehen. Das ist das Feuer, als im Avatar-Film. Ey, aber lieber so ein Feuer, als so überanimiertes Feuer, wo die Switch wieder stirbt. Sind wir mal ehrlich. Seit der Wii U hat Nintendo Probleme mit Feueranimationen. Die Wii U hatte sogar Probleme mit der Wind Waker Feueranimation. Das muss man sich halt mal geben, ne? Feuer kann Nintendo nicht. Was sind das hier für Würmer? Hallo? Ich hab jetzt tot. Was ist das? Ah ja. Kann man das töten? Ja, okay. Aua. Fuck. Nice. Adam? Dann werden wir uns geladen. ZT erscheint durch thermische Energie versorgt zu werden. Magma wird aus dem Inneren des Planeten gepumpt und von dort weitergeleitet. Ich konnte das zentrale Steuerungssystem des Magma-Flusses ausfindig machen. Es befindet sich hier in Katarys, Samus, dein derzeitiger Süd kann dich während meiner Erkundungen auf Katarys nicht schützen. Der extremen Hitze der Lava hält er nicht stand. Du solltest auf gar keinen Fall Gebiete mit derart hohen Temperaturen betreten. Irgendwo über dir scheint sich ein Schattel zu befinden. Nur zerliehen, um weiterzukommen. Es gibt noch etwas, worüber wir sprechen müssen. Deine neue Fähigkeit. Den Phantom-Unhang. Der Phantom-Unhang verhindert, dass er nie dich aufspüren können. Das ist der Haarflug deine einzige Option. Jetzt kannst du auch an ihnen vorbeilaufen. Mach davon Gebrauch, um dein Ziel zu erreichen. Das ist aber praktisch. Denke, dass der Phantom-Unhang deine Mobilität stark verhindert. Ein Ermeer wird dich übrigens nach wie vor ergreifen, wenn es zu direktem Kontakt kommt. Ob und wie du dich fortbewegst, liegt ganz an dir. Halte nur deine Umgebung stets im Blick. Der Phantom-Unhang ist nutzlos. Sobald dich ein Ermeer gesehen hat, ergreife dann die Flucht, bis er die Verfolgung aufgibt. Der Phantom-Unhang kann auch weiter verwendet werden, wenn beim Alien verbraucht ist. Stattdessen wird dann meine Energie verbraucht. Sieh das Eis einen letzten Ausweg. Aber gut zu wissen. Alle komplette Energie wird nie aufgebraucht. Setze diese Fähigkeitweise ein, um deine Überlebenschancen zu erhöhen. Aber ich kann mich nicht töten damit. Das ist irgendwie cool. Aber das heißt, ich muss mich gleich mit einem Tarnumhang vor so einem Emi verstecken, Shit. Sonst hätte er mir das jetzt nicht erklärt. Ach, fuck you. Okay, von hier komme ich da nicht lang. Die geht auf. Ah ja, okay. Dachte ich mir, dass das passiert. Wir leiten die Energie jetzt um. Okay, jetzt geht das auf. Ah ja. Ah ja. Nochmal heilen. Auch nicht. Vielleicht das hier aufmachen als Shortcut. Und hier kann man mit einer Kugel noch weiter. Da ist ein Secret. Ach ja, jetzt ist hier ja zu. Moment, ich muss da lang. Das ist kein Shortcut. Das ist mein einziger Weg. Tür ist ja zu. Was? Ah ja. Okay. Moment. Oh man. Oh man. Oh man. Wo ist so rote Knöpfe, die ich nicht drücken soll, sind mir suspekt. Aua. Ach scheiße, was mache ich denn? Mah. Geh doch weg. So. Aua. Das geht so weit. Frech. Moment. Moment. Komme ich hier hoch? Äh. Moment. Äh. Ah lol. Oh lol. Oh. Oh. Anscheinend kann ich klettern. Das war mir so nicht bewusst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kackviecher. So. Da ist heiß hinter. Das sehe ich doch jetzt schon. Aua. Ihr könnt auch schräg. Oh. Das ist ja frech. Irgendwie fühle ich mich gebaitet. Irgendwie fühle ich mich hart gebaitet. Ja klar. Ja klar. Okay heiß. Ja ich geh wieder. Oh. An euch kann ich Energie farben. Voll nett. Hier ist ein Emmy drin. Hilfe. Der grüne Emmy. Du hast dich unsichtbar gemacht ne. Gott sei Dank. So. Nochmal das Tutorial. Dass die mich nicht sehen können. Ja. Ja. Not good, not good, not good, not good, not good. Was ist wenn ich mich jetzt unsichtbar mache? Okay. Du gehst jetzt einfach wieder weg. Sankt. Dein Scheißernst. Überhaupt nicht stressig oder so. Kommt der runter? Er ist grad da oben. Da komm ich nicht lang. Oh. Er ist kurz hier weg. Wenn der jetzt auf mich zuläuft, hab ich ein Problem. Okay cool. Oh. Ist der stressig. Komm ich nicht lang. Komm ich nicht lang. Wuhuuu. Au. Wir haben nicht ewig Zeit, Samus. Wir müssen jetzt erstmal die Energie umleiten. Und zwar hier. Perfekt. Oh, sind die stressig. So, wir haben die Energie umgeleitet. Hier gibt's nen... Speicherpunkt. Das ist nett. Gibt's hier noch? Einen Auffüllpunkt. Das ist noch netter sogar. Was kommt hier wieder raus? Für ne Scheiße. Okay, cool. So. Nee. Oh. Da oben gibt's nen Secret. Da gucken wir nochmal rein. Oh Gott. Das ist sehr weird, dass ich hier krabbeln kann. Das ist doch wieder heiß hinter. Ja, okay. Aber ist cool. Wir wissen schon mal... Da ist ein Weg. Okay. Die Tür ist zu. Okay. Dann kommen wir hier noch nicht lang. Dann geben wir jetzt... ...wieder zum Emi zurück. Auch wenn ich keinen Bock auf den hab. Okay. Machen kurzer Spaß mit Emi. So, bevor wir den Hauptweg gehen, gehen wir... ...und wir erstmal den Weg hier. Okay, die funktionieren noch nicht. Die müssen wir erst aktivieren. Da ist ein Weg. Ziemlich... Da ist aber heiß hinter. Ja, sorry doch. Ach, was mach ich denn? Ich wollte keine Raketen... ...Raketen schießen. So, ah ja. Moment. Ah ja. Aktiviert. Jetzt kommen wir zurück. Okay. Was für mich jetzt frech ist, dass die Gegner wieder hier sind. Vor allem sind die mehr Gegner als vorher. Hilfe! Oh Gott. Dann gehen wir erstmal hier lang. Ah, da oben ist aber bestimmt geiler. Lass uns mal die Tür hier aktivieren, damit wir hier lang können. So. Hier waren wir nämlich schon. Das ist hier oben. So, eine Tür. Ah, hier können wir das nochmal umleiten. Perfekt. Perfekt. Meist aber wahrscheinlich, dass wir zum... Ach. Gleich zum Emi zurück müssen. So, wir gehen jetzt erstmal... Und wieder alle da, oder was? Das ist frech. So. Gehen wir die rechte Seite mal hoch. Weil eigentlich kann man ja auch rolljumpen. Sag ich doch. Das ist diese Tür hier. Okay, wir haben ein Secret gefunden, was wir noch nicht machen können. Let's go. Alles wie immer. So. So. So, Hitzeenergie ungeleitet Richtung Emi. Ja, geil. Freue ich mich hier mega drauf. Nicht. So, warte mal. Jetzt geht die Luke nämlich auf. Jetzt kommen wir hier lang. Und hier raus wieder. Okay, nice. Das ist noch nicht aktiv. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, ich muss wieder raus. Oh, scheiße. Immer hier lang. Hier ist überall Emi-Gebiet. Freude. Oh, der hat mich nicht gesehen. Skill. Mach dich unsichtbar. Scheiße. Der greift anders an. Mann, der greift anders an. Das habe ich nicht gecheckt. Weißt du, da überspringe ich den und er sieht mich nicht. Aber dann kommt da so eine Scheiß-Tür, wo du unsichtbar sein musst, Mann. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, cool. Dann kommen wir direkt hier rein. Schneller, 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 schneller. Cool. Unsichtbar machen. Unsichtbar machen. Okay. Fuck. Das ist nicht gut. I have to go. Puh. Das sieht angenehm aus, zu betreten. Hilfe. Okay, jetzt ist der. Was bin ich froh, wenn ich den Lavaanzug habe. Das war ich im Prime auch. Sobald du im Prime den Lavaanzug hast, bist du einfach... Ach, du kannst einfach alles betreten. Ist da ein Sieg für den einen, ne? Das wäre frech. Aua. Adam, was geht? Dann werden Sie uns geladen. Ami steht für extraplanetar-Mobil-Multiform-Identifizierer. Ein Ami ist in der Lage, seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern. Die Fähigkeit, sich in kleinste Räume quetschen zu können, ist eine seiner Standardfunktionen. Jeder Ami, dem du begegnest, wird höchstwahrscheinlich davon Gebrauch machen, während er dich verfolgt. Du kannst die Panzerung eines Ami nicht zerstören, selbst dann nicht. Wenn du wieder überall deine Fähigkeiten verfügen würdest, wenn du mit einer Übermacht konfrontiert bist, musst du deine Grenzen akzeptieren. Studiere jeden Ami sorgfältig und nutze den Phantom-Unhang, um dich fortzubewegen. Doch auch das birgt Risiken. Der Phantom-Unhang verringert deine Mobilität und verbraucht mehr Ereion, wenn du dich bewegst oder schießt. Trotzdem ist er deine beste Chance, um zu überleben. Zögere nicht, einen Ami zu zerstören, wenn du mehr von der einzigartigen Energie entdeckst. Auch wenn es nicht deine ursprüngliche Mission war, sehe ich mittlerweile nicht, wie du sonst ein Ziel erreichen kannst. Bedrohungen deiner Existenz dürfen nicht hingenommen werden. Okay, Adam. Du bist immer noch Sus. Was ist das? Das ist schlimmer als jeder Ami. What the fuck? Und wieder ein Ami-Lum drin. Mach dich doch unsichtbar! Ich kann nicht kontern bei dem. Das ist ganz komisch. Ich hatte keine E.ON mehr, glaube ich. Ich konnte mich nicht mal unsichtbar machen. Okay, der wird schwer. Oder man rennt einfach durch. Ach, du heilige. Muss das sein? H illusionen definitions. Um, was du kiddinst krieig? �igke. vigil du Porco. Och was gibt es nicht so investors. Höładige descendants. Hö borrowed wurde von Spass. Überrasst du Kommissar. Höig aunque Blase. Aber ich bin scheitens shell. Ne junge Jahre. Pasam in meinem Leben.